hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren part hier in super mario odyssey wir sind hier mittlerweile schon im basis land mittlerweile ist dieser part der beziehungsweise der letzte part natürlich etwas lange her und das wird man wieder höchste zeit hier mal wieder mal weiter zu kommen wir fangen auch schon direkt an und sehen jetzt schon wie weit wir schon kommen und sind auch jetzt schon im capi land ja wahrscheinlich capi landen alles klar capi land was glaube ich waren wir auf jeden fall schon da waren wir auf jeden fall schon wir können uns gleich zum ort war schon aktueller punkt war schon aktueller punkt auf jeden fall denn gleich habe wir eine konfrontation mit dem brothals und naja was ich jetzt nicht so geil finde wenn es übrigens ist das jetzt auch unbedingt denkt auch sein muss ja wie ja wie okay muss ich ja diese plattform drauf ja okay gut ich mag euch nicht keiner mag euch verpiss euch bitte die hochzeit steht kurz bevor und der chef macht sich da vorne im zirn schick für das große ereignis ihr beide macht euch aber besser schnell aus dem staub denn hier steht nicht auf der gäste liste aber du wirst mir naja gut egal auch mal hier und face games wer schon was ich beim letzten mal auch gemacht habe dies besiegt man ja auch wieder hier mit hand umdrehen oder auch nicht toll ok konzerne da deine komische attacke da machen hier ziemlich leicht ist ok das war für den ersten moment aus als hätte ich überhaupt nicht getroffen und dann diese lache alle diese lache auch so das geht sogar auch so ja mach dein ding schade ja mach die bomben da weg da ja zum glück habe ich noch gemacht ok gut ein treffer hat zum glück noch weg damit kannst du dich nicht einfach von selbst verpissen das wäre für mich auf jeden fall etwas einfacher so gut als ob das jetzt so schwer war mein gut ach man mann 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 ok also kommt der eine noch ne gut ah das ist noch der kann ich das lieber springen ja kann ich ich kann man ja sowieso schon hier wieder so drauf bist alter war das knapp habe ich mich noch treffen lassen auch noch schade ja gut so dass ich nur dass ich ihn zum glück noch getroffen habe das war ja genauso knapp weg mit euch allen ihr verdammten mützen ey ok das war da warum lasse ich mich trotzdem noch treffen was soll der scheiß ok das ging sogar noch zum glück zum glück naja gut haben wir das jetzt auch mal und da haben wir auch schon den mond so wunderbar einwandfreie spitze wie geschnitten brot und nun können wir endlich weiter abrechnung in pauses festung na gut dann wollen wir mal ne scheitert der letzte abschnitt zu sein dann wollen wir mal mal schauen ob es dann weiter geht oder keine ahnung endlich wir haben den haupthof erreicht den fall und die musik geht auf jeden fall wunderbar ab ich füge kann ich ja wieder hier ein Stück haben hier die ich nicht ich brauche ich nicht oh cool glück kann ich die starke ist damit erledigen ich glaube ich sollte mal nach unten mal nachschauen vielleicht ist hier da auch irgendwas ein versuch ist es ja schon mal wert ja ja klar ne machen wir das so hier haben wir nochmal so einen genauen überblick hier sind auch wieder ein paar münster am start sieht so komisch aus wie die alle da ist komisch wackeln vor allem hier diese komischen teile und auf der rechten seite sind auch welche an was sind die befestigt die sind eigentlich an einer äh bis zur ferne eigentlich gar nicht irgendwo da dran irgendwie befestigt und so das ist ne nach hier und hier komme ich wahrscheinlich für den mond rein ne ja ok wunderbar 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 alles wunderbar ach es sind sogar ein paar coins am start und noch ein paar welche dabei ich hab grad mal 33 naja hat ja für das kostüm mir gereicht ich glaube das habe ich dann auch schon gemacht mit den 100 münzen ne also so ein mond halt geholt und so da kommen wir zwar gut hat diese musik geht voll ab alter ist ja richtig nice naja panisch halt angehaucht ne klingt voll nice irgendwie ey ok ok gut soweit so gut komm weg damit ah ne ich brauche ich brauche noch eine bombe ich brauche auch noch eine bombe ob das was bringt naja für den herz aber ich bin noch voll der zum teuer alles nichts gebracht überhaupt nicht schade ach egal so nächster checkpoint äußere mauer ja so langsam nähern wir uns auch schon wir machen auf jeden fall gute fortschritte als schon wieder dieser komische ja als ob der mich doch am arsch noch so weg gecheckt hat oh cool das geht auch gut so geht es auch am besten ich glaube er hätte die kisten da weg machen können und ich sehe es gerade da ist ein mond drin oder da ist ein mond drin ja toll was jetzt sterben lassen oder wie geht er nicht anders ach man ach man ey ach man so belassen das wusste ich gerade gar nicht das wusste ich gerade überhaupt nicht noch ein versuch mach das mal hier mal auf hier dankeschön jetzt kann es auch sterben gehen ah deswegen hat auch zwei verletzliche stellen einmal hier als vogel da einfach dahin und dann einmal halt oben in der stadtattacke alter wie hässlich der nicht glotzt ne so weg mit dir so nix am mond in einem block in der festung hey die sind auch lila monde ach lila monde lila münzen natürlich ne ist ja klar ah man ey hab echt einen durch das hätte ich jetzt nicht so krass machen dürfen hier ist auch so ein block keine ahnung was es damit auf sich hat immer noch keine ahnung wie komme ich überhaupt da hoch keine ahnung aber bei hier ist ja auch noch was ok aber drumherum ist auch noch irgendwas kann ja hier auch nochmal kurz nachschauen alter das war jetzt richtig heftig man ähm ähm scheint nichts zu sein irgendwie ne hier ist irgendwie gar nichts mehr so äh äh alter schon ganz heftig hier ne hier ist aber nichts ist hier unten irgendwas nö 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 bevor ich dass das mache ne gut oder ist nichts gut dann können wir hier ruhig weiter machen man kommen jetzt hin ok hinter geht dann gefunden ich möchte aber auch da nach oben zu den 3a münzen komme ich da nicht anders hin sch consultants zurück oh schade Naja, gut Also ich stell mich grad voll gut an, irgendwie Ja, okay, doch, ja Hab ich's schon mal Sonst ist es jetzt aber nichts, ne Äh, ich denk mal nicht, ne, ne, passt schon alles Passt schon alles, wunderbar Da hinten ist auch was, oh ne, ne, komm, ne Wir machen jetzt einfach weiter hier Mal schauen, ob ich das so hinbekomme Ne, schade Ja, als ob, Mann, ist ja klar So, nein, geh weg Explodieren einfach so wie solche Feuerwerkskörper, ne Boah, das war doch, das war jetzt richtig knapp, ne Das war jetzt richtig knapp Lieber nochmal auf der Masse gehen, so Jetzt sind wir wieder hier am Ort des Geschehens Machen wir auf jeden Fall hier weiter Ja, wir haben ja noch genug Zeit Okay, hier scheint's enorm krass abzugehen Ja, trefft man die Wand, ne Ne, ich mach das lieber nicht von unten Och, Mann Okay Ich wollte, dass ich noch extra warten Und nochmal eine Runde drehen Eine wunderbare Volle Ehrenrunde hier Noch machen wir's mal so So geht's dann nämlich auch im Westen Oh, das war knapp Das war Keine Gute Idee Gewesen Aber es hat funktioniert Irgendwie Ach du Scheiße Oh Ey Wie ich irgendwie nicht abgehe Irgendwie hab ich so das Gefühl, ne Das wird übelst heftig Wir müssen nur noch ein bisschen weiter Klettern Ja, ja Kein Problem Kein Problem Kommen wir schon hin hier Ne, da ist bestimmt noch irgendwas hier unten, oder? Zum Glück hab ich nochmal hier Nachgeschaut Naja, klar war ja was Okay, gut Wir nähern uns so langsam ran Müssen wir das jetzt weiterhin benutzen? Ich weiß es jetzt gerade nicht Bis jetzt scheint noch nichts los zu sein Na, ich belasse es mal dabei Wir gehen mal weiter Und haben wir schon die Spitze erreicht Da waren lila coins Aber dies nur einen Teil da drauf Oh, da ist schon Bowser Da ist, da ist er Da ist er Wie er nicht schon glotzt, ne Wie er nicht schon glotzt Bereite dich auf dein Schicksal vor Du bist zu spät Wir müssen leider weg Unsere Hochzeit findet auf dem Mond statt Ohohohohoho Alles klar Dann kämpfen wir nochmal gegen die Brote als Ähm Alle vier in so einem Roboter So was in der Art Ähm, okay Schlimm genug, dass Bowser Einfach Die Hochzeit auf dem Mond machen will Sei es mal dahingestellt Ich habe mich Lappen auf treffen lassen Auch schön Warum auch immer Warum auf dem fucking Mond überhaupt Ey Passt überhaupt nicht Ich glaube, wir können jetzt drauf Ist ja genauso leicht Die Musik, alter Die Musik geht übelst ab So Eintreffer Haben sie schon mal Ich habe alle vier Auf jeden Fall Einmal drauf Und dann passt das schon Was geht jetzt wieder schon vor? So macht er immer Dasselbe oder was Ähm Ich bräuchte mal so ein Genau Dankeschön Ich bräuchte mal so ein Vogel Ja toll Kommt er Nein nicht nochmal sterben lassen Hier Ich bräuchte mal so ein paar Dinger aus Wunderbar Ist ja schön So Diesmal muss der Gut Pieferschnitt dran glauben Verpiss dich So Zwei Haben wir noch Zwei Haben wir ja noch Was ist mit dem jetzt los What the hell Und ein Stern oder was Oder wie Du 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 da geht er richtig ab Schild dein leben alter richtig heftig bräuchte mal so ein herzen sind das jetzt hier Und hier komische ring oder was Ach du kacke was kann ich mit denen ob hier machen gar nichts zum ausweichen gedacht Ja toll Verpisst euch geht weg alter Ich kann die auch Kann ich die auch wohl benutzen oder was Ja das bringt mir eigentlich gar nichts Hey als ob Was soll denn der scheiß In dem wir folgenden Weg weg man Hallo Verpisst dich Was soll denn das Okay Das muss ich jetzt schaffen Das muss ich jetzt schaffen Komm Nein als ob Nein Ah muss ich jetzt so machen Und es hat sogar noch funktioniert Alter ich habe noch Eins Ein Lebens Balgen oder sowas in der art Wie auch immer Verdammt ey Ich habe jetzt auch schon alles verbraucht Man lass die scheiße sein und macht den üblichen angriff Ich treff nicht Ich treffe einfach nicht Soll der scheiß Oh scheiße Lass es bleiben Lass es bleiben Lass es bleiben Lass es bleiben Oh ne geht dann halt nicht Sicherheit mache ich mal so Okay du auch weg mit dir So hoffe ihr seid jetzt endgültig weg Ihr seid Nutzlose Lappen Hoffentlich habt ihr euch jetzt endgültig verpisst Ein wunderbares feuerwerk ne Wunderbares feuerwerk Schick Schick Hm Und darf er mit Einen Multimon Willkommen Wunderbares Das ganze haben wir zum Glück So kann auch überleben Alter Oh mein Gott ey Ne Hm Abrechnung In Bossers Festung Ja und jetzt Geht's Zum Mond Oder so Oder was Jetzt genau Keine ahnung Wir waren so nah dran Und jetzt hat Bossers sich zum Mond aufgemacht Wir können ihn aber mit der Odyssee verfolgen Wirft mich auf den Globooster Ja aber das machen wir dann Im nächsten Part Und dann würde ich sagen Wenn es euch ein bisschen Gefallen hat Gerne einen Daumen hoch Oder allgemein seit Ich glaube schon fast eine Woche Kein Odyssee mehr Könnt ihr auch so auch gerne mal ein Like da lassen Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Ciao Leute Macht's gut Ich bin frod Ich bin frod Ich bin frod Untertitelung des ZDF für funk, 2017